Hallo wieder beim Sonderzug nach Nusshausen. So, ja hier sehen wir noch die letzte, die erste Bauabschnitt von der, ähm, des RE1 und das Leckbisschen hier, Stockhold. So, und die zweite Ausbaustufe, wird hier nördlich. Hier in dem Bereich werde ich den Bahnhof, ne, hier den Bahnhof, dann werde ich da versuchen, irgendwie unter die Stadt, ähm, unter die, oder über diese Eisenbahnlinie zu kommen. Dann wird da der nächste Ausbau und, im Schluss hier, Schutte Stuttenburg. Das letzte Haltestände und dann wird, werde ich die nächste Eisenbahnlinie auch bald bauen. So, den ersten Bahnhof, aber, können wir noch nicht bauen. Äh, Gleise, Gleise haben wir da zwei gehabt. Zwei, ja, acht. Och, das liegt ja eigentlich so günstig, dass da, Dreigleise und, äh, mittlere Baustärke. Joa, so kann es bleiben, wenn ich, wieder Geld habe. So, und, so, da haben wir das Geld und machen Päuschen. Da wird da jetzt noch, Straßenverkehr, neue Busseite ständig gebaut. So, die Linien hier, ähm, das ist Spawn, 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 Bus, Spawn. Nach der 7 wird die 8er hingefahren. Von 7 und 8 wird noch eine Haltestelle. So, ne, oah, äh, entfernen. Entfernen, so. So, dann baue ich mal die Zugstrecke. Ui. Hm. Die wird nicht optimal sein. Die wird recht suboptimal sein. Die wird nicht optimal sein. Oh. Oh. Ui, 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 ui. Was ist das denn für ne Strecke hier? Und Kollision, Kollision, Kollision. Ui, 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 ui. Kollisionen und sau teuer. So, wird da mal gebaut. Aber auch schon teuer. Heftig, heftig, heftig. 308.000. Das dauert, bis wir da die Kohle zusammen haben. Gucken wir mal so lange hier mal. Den treiben in der Stadt zu. Hier sind die, diese alten Busse. Hier. Eventuell werde ich ein paar Städte. Die mehr. Die größeren Städte. Mal irgendwie mal mit Straßenbauern. Ausstattend. Oh, da hab ich. Oh, da kann ich ja bauen. So. Und wir hatten kurz über ne Million. Nicht bad. Not bad. Not bad. So. Oh. Ui, 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 ui. Oh, ah, ah. Das war ja Horror hier. Ei, 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 ei. Ne, das machen wir auf keinen Fall. Oh, der Einschnitt muss der Einschnitt sein. Ja, Bombeer. Kommen wir bis über die Strasse. Über die Strasse. Ach, ne, das packt ja auch nicht. So. So. So, okay. Ui, 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 ui. Der wird aber auch teuer. Naja, 489. geht ja relativ fast noch. Und die Strecke wird Berlin. Ja, die Strecke wird gut angenommen. Scheinbar, daraus ist ja schön. Hoffentlich ist der Fernseher jetzt hier nicht zugelassen. Naja, werde ich ja bei der Aufnahme merken. Dann wird er peinlich. Ich denke, das ist schon eine recht gute Streckempführung. Ah, Autoself und Geldverkeit. Da haben wir den Person, den Zug. Da haben wir den Zug und da haben wir es auch Geld. Ah, war ich zu langsam. Das ist doof gewesen. Da war das Geld da und so wie gewonnen zu zerronnen. Mit den laufenden Kosten. Jippie, ja. Das ist ja nur das eine Gleis. Die kommen zweit gleich dazu. Boah. Das sind Kosten. Na ja. Rückenpfeilerkollision. Ah. Das darf doch nicht vorsehen. Oh komm, das ist doch nicht euer Ernst. Bei der Terranabgleichung. Das ist doch eine gute Gleiszone. Das ist mir gut. Das sind eine Gleiszone. Das ist das eine Gleiszone. Drehst du dir die Gleiszone. Dann wird dann eben hier kurz eingekleitert Nicht möglich, bitte zwei Bauabschnitte Warum will das nicht? Dann haben wir gleich schon hier Ja Durchkämpferder-Kollektion Willst du mich verarschen? Okay, bauen wir jetzt mal anders So, dann machen wir jetzt Ja mal Auf groß So, 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 danke Und wieder Kohle ausgegeben für nichts Viele Kohle Vieh Kohle ausgegeben für nichts Um genau zu sein So So So, danke, dass das jetzt geht Oh mein Gott Mann ist das ärgerlich So So Na, bisschen komisches Geschlingel aber So Was soll's Ne So 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 And So 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 Ja, die Bomber noch Und Ach ja, und Die Bomber da noch Die Bomber So, kann ich vorne Mhm So, dann mal So, genau Was jetzt bei der So Züge kaufen, wie viele Äh Wie viele tun zur einzigsten Personenzug Ähm Details 1 2 3 4 5 6 7 Genau 7 Züge kaufen Das ist ja diese Äh Letzter Zug ist das denn? Letzter Zug ist das denn? Hängt sich schon mit Hängt sich Ah Kann ich nicht kaufen Na gut Au Nix kaufen Ich Warte doch für jeden Bahnhof ein Äh Also muss ich das dann zweifach kaufen Ich glaube, er fährt ja nur ein Zug bis jetzt Kaufen Und wieder Telefon Aber Denken nicht für mich 1 2 1 2 3 4 5 6 6 Noch nicht 6 Noch nicht 6 6 6 7 Und 7 7 Ähm 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 Auch wieder ein Jahr vorbei ist Ähm Und RE1 zuweisen So Dann werde ich mal den RE1 Eisenbahn Ähm Eisenbahn Ähm Eisenbahn E1 Haltestelle Zufügen Neu Wies Schwan Genau Warten auf freie Zugwege Huch Huch Ah Okay Ähm Okay Ähm Ähm Okay Stopp Stopp Äh Eranis Da werden wir da mal Dich äh Dich äh Dich äh Zwischendinger bauen Ah Nichts Aarte Wird vorhandene Haltestelle doch Dich Dann Bitte too 从 Warum zum Kuckuck kommst du von Ranis nicht dahin? Du fährst doch da so! Ah! Oh! Ah! Ah! Interessant! Oh! Oder wir machen... Entfernen! 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 Das sind wir nicht! Und da... Das hier... Entfernen! Ist hier irgendwo... Der fährt immer nur auf der einen Stiege! Na gut... Das Problem werden wir beim nächsten Mal beheben! Bis dann! Komm! 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 Komm!